Ich hoffe, alle haben gut gegessen und müssen jetzt verdauen und können dann bei mir gut schlafen. Aber damit es nicht ganz so weit kommt, will ich versuchen, ein bisschen was dazu zu erzählen. Wir haben ja gerade von Reinhardt einen recht guten Eindruck gewonnen, was man mit SDR alles machen kann und was das Gute an SDR ist und genau das möchte ich mit diesem Beitrag, den ich euch erzählen möchte, vertiefen. Kurz zu meiner Person und hier nur dargestellt die Amateurfunkaktivitäten. Ich bin Relaisbetreiber in Bremen, Experimentierstation DW0HFT mit allen möglichen Dingen. Ich bin Mitarbeiter im VUS-Referat des DRC mit dem Schwerpunkt SDR. Ich habe die SDR Akademie gemeinsam mit Markus Heller, DL8 RDS, gegründet. Ich bin Planer und Designer der Technik und der Antennen für das WISPA-Barkenprojekt in den Polarregionen, insbesondere halt in der Antarktis. Und ein zweites Projekt, was ich mit der DLR zusammen angefangen habe, wird vermutlich im Juno in Betrieb gehen. Die DLR plant, den Container dann nach Nordgrönland zu verschiffen. Und dort gibt es auch wieder eine WISPA-Barke und auch wieder mit meiner Technik oder mit dem, was ich dazu beigetragen habe. So, es gibt die Seite wispa-live.net, ich weiß nicht, wer kennt die. Okay, schick, ja, einige kennen sie. Ich kann sie auch gleich zeigen, wenn mein System hier greift. So, das ist diese Seite hier. Diese Seite zeigt die Aktivität von WISPA-Multiband-Transreceivern, wo man sehen kann, Dill Null Hotel Tango, das ist die Station bei mir in Bremen, hat in den letzten 24.000, 7.000 und 24 WISPA-Reporte gesammelt, in der letzten Stunde 286. Das ist nicht viel, es gibt auch Zeiten, da ist es doppelt so viel. Aber der Gag ist, dass man von DP0-GVN, dass man da unmittelbar nachgucken kann. Hier oben wählt man einfach aus, DP0-GVN. Da, und dann sieht man, die letzten 24 Stunden haben die 4.545, bei, in der Tagszeit ist sehr schwach, in der Nacht kommt Europa und USA gut durch, und da können die richtig viel reinholen. Dann haben wir hier noch alle möglichen weiteren Auswertungen, kann ich mal zeigen, das ist vielleicht nicht ganz so prickelig. Die einzelnen Bandauswertungen und Darstellungen und wer Lust hat, guckt sich das mal an, ist meinem Gefühl nach, ich habe auf der letzten Hemmradio das detaillierter erläutert und möglicherweise muss ich das noch ein weiteres Mal tun. Wir sind dabei weiter in Entwicklung und insofern sind dort Veränderungen noch möglich. Ich will zurück zum Vortrag und dort weitersetzen. Ja, es geht um Redpitaia-Anwendungen, da habe ich auch schon Seminare zugemacht, möglicherweise, wer hat so ein Redpitaia? Oh, das sind immerhin 10%, Donnerwetter. Gut, wer sich so ein Ding kaufen will oder damit was machen will, der sollte sich sehr klar, wie wir das in industriellen Projekten üblicherweise machen, erstmal eine eigene Zielfindung leisten. Das heißt, will er nur funken oder will er noch was mehr oder was anderes? Will er das Stationsgerät ersetzen? Dann ist die Frage, welche Ausgangsleistung darf es denn sein? Muss das Ding portable sein? Übrigens, so ein Redpitaia mit so einem Powerbank zusammengekoppelt ist portable. Kein Problem, kann locker 10 Stunden laufen. Macht aber eben bekanntermaßen nur 10 Milliwatt. Aber kann man auch mit funken. Will er Messtechnik haben? Welche Geräte will er denn damit erreichen? Typischerweise sind ja Oszilloskop, Specki, Netzwerkanalysator und was es so alles gibt. Da kann man sich etwas überlegen. Und möchte ich gern ein Messsystem haben. Ein Messsystem in der Anwendung zeige ich im hinteren Teil meines Foliensatzes. Ich weiß nicht, ihr habt ja in der Mittagspause genügend Zeit gehabt. Wahrscheinlich habt ihr schon mein Skript gelesen. Meine elf Seiten, die ihr in dem dicken Band findet, die gelten als erweitertes Skript zu diesem Foliensatz. Ihr findet dort kein einziges Bild, keine einzige Folie, aber eben viele meiner Worte in entsprechender weiterer Form. Ja, was will ich mit euch erläutern? Dann, Repitia in der Übersicht, Repitia zum Funken, zum Messen, im Scheck, als autarker EMVU-Motor, im Monitor und eine kurze Zusammenfassung. Und für alle zur Kenntnis, das ist eine Repitia. Eine rote Drachenfrucht, manchmal auch als rote Kernfrucht bezeichnet. In den Supermärkten kann man sowas finden. Und ja, aber den Repitia, den ich meine, der sieht so aus. Man kann eine gewisse Ähnlichkeit erkennen. Vielleicht müssen wir noch zwei Bierchen trinken, dann wird die Ähnlichkeit deutlicher. Was kann der Repitia nun im Großen und Ganzen in der Übersicht? Er ist von Silings ein Zynk 7010 Single Board System mit einem FPGA. In diesem FPGA befinden sich, oder in dem gleichen Chip befinden sich drin, ein Dual-Core-Arm A9, den man mit einem Linux OS betreiben kann. Und zusätzlich drauf aufgebracht sind zwei AD- und DA-Umsetzer, die mit 14 Bit und einer Abtastrate von 125 Megasamples. Es gibt Leute, die haben das schon auf 150 Megasamples hochgezogen. Kein Problem. Vorteil, ich kann 70 Megahertz gleich noch mitmachen. Das 4-Meter-Band. Das ist die Idee dabei. Als Messgerät ist es ausgelegt. Es hat zwei schnelle Inputs und zwei schnelle Outputs mit 125 Megasamples. Zusätzlich gibt es vier langsame, analoge I.O.-Aus- und Eingänge. Es gibt einen ganzen Berg von GPIO-Aus- und Eingängen-Netzwerk. Und bei meinem ist hier dran so ein kleiner Stick, der das Ding zum Access Point macht. Bedauerlicherweise habe ich heute Morgen beim Konfigurieren im Hotelzimmer vermutlich einen Fehler gemacht, sodass der Access Point zwar da ist, aber in meinem Laptop keine IP-Adresse gibt. Daher kann ich mich jetzt nicht einloggen und kann euch das direkt vorführen, was ich vorhatte. Leider Pech. Aber ich habe genug Folien und wir kommen da auch drüber hinweg. Ja, wie funktioniert so ein Ding prinzipiell? Ich habe drunter gelegt das FPGA, in dem wird eine Logik hineingeladen, die bestimmte Aufgaben erfüllt. Das FPGA hat die Möglichkeit, Speicheradressen bereitzustellen, nicht ganz wenig übrigens. Und diese Speicheradressen, die können in das Linux-OS hineingespiegelt werden. Vom Linux-OS kann ich mit entsprechenden Linux-Programmen, die ich als Server benennen will, kann ich diese Speicheradressen sowohl beschreiben wie auch lesen und kann damit meine Aufgaben, die ich weiter oben mir vorgenommen habe, erledigen. Eine Verbindung gibt es über das Netz. Auf der anderen Seite habe ich ein beliebiges OS mit einem Client-Programm oder manche würden auch, in der Windows-Welt spricht man von Treibern. Naja, in Gottes Namen. Und dann habe ich darüber ein Anwendungsprogramm. Dieses Konzept ist so grundlegend, dass alles, was ich mit diesem Red Pitaya mache, immer auf diesem Konzept basiert. Es gibt einen Berg von Foren und die wesentlichsten Foren, die ich als Informationen zusätzlich benennen möchte und selber sehr belobigen möchte, das ist das von Jörg Saure, cqnrw.de. Wer kennt das? Sehr wenige. Dann würde ich das sehr empfehlen. Es ist ein tolles Informationsforum, wirklich toll gepflegt. Mit sehr guten Dokumentationen zu dem, was die Leute sich ausgedacht haben und dazugebracht haben an Informationen, sehr empfehlenswert. Viele gute Anregungen, um daraus ein Funkgerät zu machen. Nochmal. Jörg Saure und die Diskutanten dort, die kümmern sich überwiegend um die Anwendung als Funkgerät. Übrigens auch der Vortrag von morgen vom Edwin wird genau das auch beinhalten und wird zeigen, wie man daraus ein gutes Funkgerät machen kann. Und weil der Edwin ja morgen schon erzählt, habe ich mir gedacht, Funken, okay, machst du mal ein bisschen Überblick und dann kümmerst dich mal mehr ums das Messen. Dann gibt es das Red Pitaya Forum, direkt von der Firma, eine Firma aus Slowenien, die dieses Produkt hergestellt und entwickelt hat. Da findet man alle Themen, in der Regel in englischer Sprache, aber dort sind eben hochkarätige Diskutanten drin und stellt man dort eine Frage, dann kriegt man wirklich eine Antwort, die das Problem löst. Das ist der wesentliche Vorteil dabei. Dann gibt es noch eine Red Pitaya als Whisper-RX-Gruppe, also diejenigen, die den Red Pitaya als Multiband-Whisper-Receiver verwenden, die diskutieren da auf der Yahoo-Gruppe. Muss ich erklären, was Whisper ist? Wer hat noch, wer weiß nicht, was Whisper ist? Okay, 10% steht für WSPR. Weak Signal Propagation Reporter ist eine digitale Senderart, die es erlaubt, in wenigen Hertz mit einer 4-FSK eine Übertragung zu machen von wenigen Bits binnen zwei Minuten und die es mit bis zu 33 Dezibel unter dem Rauschen eines SSB-Kanals erlaubt, Signale noch zu dekodieren. Das ist der wesentliche Gag dabei. Man kann mit 10 Milliwatt, übrigens mal eine spannende Frage, wer von euch traut sich mit 10 Milliwatt auf das örtliche VHF-Relais? Okay, gibt es welche. Danke für den Mut. Aber mit 10 Milliwatt funke ich mit einem Stück Draht auf dem Hausdach nach VK und nach USA. und USA täglich auf 20 Meter. 10 Milliwatt mit Whisper. Also nur mal, um die Idee klarzumachen, was man damit erreichen kann. Es dient dazu, um die Ausbreitungsbedingungen zu beurteilen, hatte ich ja schon gerade gezeigt, nicht die einzelne Funkverbindung. Okay. Funken mit dem Repetail ergeht wie folgt. Ich brauche ein SDR-Bedienprogramm. Das nutzt in der Regel Software, nämlich die Server- und Client-Software und das FPGA, die von Pavel Demmin gebaut worden sind. Pavel Demmin dient, oder dem ist das große Verdienst sozusagen, dass er sich aus Hobby rangeht, er ist nicht Funkamateur, Mitarbeiter der Uni Löwen, der sich mit FPGA beschäftigt hat und diesen Repetail ja für sich entdeckt hat und er hat eben alles das, was im Amateurfunk heutzutage genutzt wird, fast alles, ich würde sagen 95 Prozent, das ist von Pavel Demmin gemacht worden, wohlgemerkt, was die untersten Schichten angeht in meinem Modell, ihr erinnert euch, ja, die unteren Schichten, die sind von Pavel Demmin gemacht, da drüber gibt es die Bedienprogramme und das sind die hier in der Tabelle genannte, GQRX für Linux, gibt es auch, glaube ich, für Windows, dann HD-SDR für Windows, SDR-Sharp für Windows, das sind reine Empfängerprogramme, es gibt das Quisk, wer kennt Quisk? Oh, so wenig bloß. Ein super Programm. Warum? Es kennt nämlich nicht nur die Betriebsart oder die Senderart, SSB, CW, AM, FM, es kennt auch noch die digitale Sprachübertragung auf Kurzwelle. Ja, einfach wie so ein Modulationsverfahrensknopf, einfach andrücken und dann gibt es plötzlich digitale Sprachübertragung, alles drin enthalten. Deswegen finde ich das so genial. Die Flex-Radio-Leute haben jetzt angefangen, das für ihr System auch so zu machen. Klar, wenn in der Open-Source-Ecke sowas für laut zu haben ist, kann so eine Bude wie die Flex-Radio-Leute, glaube ich, da nicht dran vorbeigehen. Aber schön, dass sie dahin gegangen sind. Ja, der wesentliche Gedanke ist, es gibt zum einen diese HP-SDR-Emulation, bis zu zehn Empfängern kann ich parallel auf unterschiedlichen Frequenzen laufen lassen. Eine schöne Geschichte, wer mal richtig viel Empfänger braucht, der macht die mit einem einzigen Repetire und hat zehn Empfänger auf zehn unterschiedlichen Bändern oder Frequenzbereichen. Schwierigkeit an der Stelle ist die hohe Informationsmenge, die aus der Netzwerkschnittstelle herauskommt. Da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Das schmale Kanäle, zum Beispiel 48 KHz Bandbreite, geht bei den HP-SDR oder HD-SDR-Systemen in der Regel einzustellen. Zweite Geschichte, zwei Empfänger und einen Sender. Man kann sich immer die Frage stellen, wenn ich einen Empfänger habe, wofür brauche ich einen zweiten Empfänger? Gibt es viele Leute, die Conteste machen, die sagen, kein Problem, fällt mir viel zu ein. Und noch eine Möglichkeit, ein reiner Stream in HD-SDR-Technik, der praktisch an den HD-SDR angeknopft werden kann oder der ans GNU-Radio angesetzt werden kann. Da gibt es eben zwei Empfänger und zwei Sender. Wie sieht so ein Funkgerät mit dem Repetire aus? Nun, ich habe mal hier zwei Bilder genommen, die aus diesem Forum genommen sind. Einmal vom DL4YEB. Man sieht eine große Kiste, vorne einen Bildschirm dran, Touchscreen, aber richtig schön groß, ganz wenig Bedienknöpfe an der Seite, fertig. Da drin ist ein Verstärker mit drin, der ein bisschen ein paar Watt macht. Das kann man auch bis zwei Kilowatt erhöhen. Gibt Leute, die bauen so ein Ding in ein Gehäuse ein und dann ist das eine PA mit Funkgerät. Macht dann eben mit LD-MOS mal locker zwei kW. Okay, anderes Beispiel vom DF2BY. Auch so eine Kiste, wieder vorne der Bildschirm. Meist wird darauf gerne genutzt. Power SDR. Wer von euch kennt das Programm Power SDR? Ja, so 60 Prozent etwa. Okay, also ist ein Programm unter vielen. Ich hätte ja schon gesagt, Quisk ist auch eine Möglichkeit und es gibt weitere, aber das ist eben auch mit. Wie sieht so ein Schaltbild aus? Nicht so schön zu sehen. Ich hätte das Bild gern doppelt so groß gehabt, aber die Projektionstechnik gibt es derzeit nicht her. Das ist die von DD8IM, von dem Jörg Saure entworfene Geschichte. Man sieht hier den Repetailer, ein paar Komponenten, die man im Fachhandel, im schlimmstenfalls chinesischen Fachhandel, sehr preiswert erwerben kann. Man stöpselt das Zeug zusammen. Hier sind noch die Relais mit bezeichnet und schon ist das Transziverchen fertig. Man braucht dann natürlich noch vorne einen Rechner mit einem XOS. Also das kann Mac, Windows oder Linux sein und damit hätte man dann die Darstellungsform. Andere Beispiele sind das C25-Projekt. Wer kennt das C25-Projekt von Edmund oder Edwin? Ja, immerhin 20 Prozent. Das ist sehr empfehlenswert. Da gibt es eine gute Veröffentlichung zu in der CQDL über mehrere Beiträge und morgen den Vortrag dazu, wo er das ein bisschen bewirbt und erläutert, was man da alles Tolles mitmachen kann. Dann der Disco-Red, eine Idee von Pavel Demmen und DA1-AKF. Der ist nicht im Raum. Sehe ich nicht. Okay. Aber die haben ein System gebaut mit dem STM32, das ist ein kleiner Mikroprozessor, mit einer Soundkarte dran und dann ist der Repetier damit vollständig funktionsfähig Funkgerät. Und ganz schick, ich bin ja Freund von so einem Schmeichelfon, wo man darauf rumschmeichelt und da gibt es eben entsprechende Software dazu und dann kann man den Repetier von dort aus bedienen. Leider nur dann, wenn er Access Point ist. Deswegen jetzt nicht. Der TRX mit mehreren Antennenanschlüssen stellt man sich die Frage, wofür brauche ich sowas? Die Flexradios haben das ja auch. Wofür brauche ich das? Nun, man kann wählbar unabhängig parallele Empfänger machen, aber zum Beispiel der R2-T2, ich denke, der ist bekannt, das ist vom DRC, das Webradio, was durch die Mitgliedschaft Pro entwickelt und an mehrere Anwender verteilt worden ist und das kann eben auch der Repetier sein, Anwendung sind digitale Senderarten wie WISPA, JT65 oder Reverse Beacon Network Skimmer. Was ist ein Skimmer? Ein Gerät, was einen gewissen Bandbereich empfängt und automatisch dekodiert und das auf eine Webseite meldet. Das ist ein Skimmer, der kann Telegrafie oder PSK 31 oder irgendwas anders dekodieren, JT65, all das können die Dinger. Dann Diversity X, oh Diversity, die Spitze der Empfangstechnik, also wirklich eine tolle Sache, was man damit alles erreichen kann. Dann vertikal, horizontal, Central, Ost, West oder den interaktiven Antennenvergleich, dass man einfach zwei Empfänger parallel laufen lässt und sagt, wollen wir doch mal gucken, welche Antenne besser ist und direkt das in Zahlen ablesen. Das geht bei WSPA ganz exzellent. Dann die Störunterdrückung. Wer benutzt so einen Störunterdrücker? Störunterdrücker? Keiner. Doch, einer. Einen habe ich gesehen. Ganz tolle Geschichte. Ich muss einfach eine gute Antenne nehmen und eine Antenne, die nur Störungen empfängt. Zum Beispiel ein Drahtknäuel in der Ecke vom Scheck. Und dann nehme ich das Drahtknäuel und nehme die Amplitude und die Phasenlage der Störungen geschickt so, dass sie genau 180 Grad und in der Amplitude genau gegensinnig groß sind und schon habe ich einen störungsfreien Empfang meines gewünschten Fernempfangssignal. Funktioniert auf einer Frequenz ziemlich gut. Geht auch, wenn man das, es gibt dazu Veröffentlichungen in der CQDL seit 20 Jahren, wie man das mit Poti und entsprechenden Netzwerken macht. Also kein Problem. Funktioniert. Und das Schicke ist, im Power-SDR-Programm ist das enthalten. Ich muss das nur aktivieren und mit zwei Antennenanschlüssen nutzen. Mehr nicht. Wird praktisch kostenlos dazu geliefert. Was kann ich damit noch machen? Ja, das ist der Rückkanal für die Predistorien. Wer weiß, was Predistorien ist? Okay, weiß schon mal ein bisschen was. Also moderne Transziver erlauben sich die Möglichkeit, durch eine nicht-lineare Vorverzerrung des Sendesignals die Verzerrung der Endstufe zu kompensieren. Ich zeige dazu gleich ein Bild. Wie sieht das aus? Ideal wäre, Eingangsleistung zu Ausgangsleistung dieser Strich. Real sieht das so aus. Und was mache ich jetzt? Ich baue hier einen zweiten Empfänger dahin. Der hat eine Korrekturmöglichkeit. Beides miteinander multipliziert. Blau und Rot ergibt nicht ganz goetische Farbenslehre. Schwarz. Also die schwarze Form ist ideal. Das Ergebnis sieht so aus. Ein typisches SSB-Signal als zweitohen Test ohne Predistortion mit Red Pitaya gemessen mit Predistortion hier unten. Ja, also da kann man sehen, könnte sich lohnen, wenn ich im Kilowatt-Bereich bin und meinen Nachbarn noch ein bisschen Funken erlauben möchte. Okay. Der kleine Unterschied beim Red Pitaya ist, Red Pitaya ist als Messgerät ausgelegt, nicht als Funkgerät, hat einen externen Rechner integriert, kennen wir schon, die SDR-Dinger haben immer einen externen Rechner, ist ohne Hilfe netzwerkfähig, auch wichtig, die meisten SDR-Dinger haben meist kein Netzwerk mit drauf, kann zum selbstständigen Messsystem werden, kann autarkes Funksystem werden, zum Beispiel ein achtkanaliger Multiband, Whisper-Transceiver. Der wesentliche Gedanke ist, dass ich die FPGAs schnell wechseln kann, und zwar binnen Millisekunden. Ich kann binnen Millisekunden beliebige FPGAs hineinladen, hier in dem Bild versucht anzudeuten. Vektoranalysator, Oszilloskop, Spektrumanalysator, SDR oder beliebige programmierte Funktionen, das will ich ja noch zeigen. Ja, wie sieht der WISPA-TRX aus? Nun, acht parallele wählbare Bänder mit Decoder-Diversity, das heißt, ich dekodiere einfach ein Band mehrfach und wähle mir dann das bestempfangene Signal von meinen beiden Antennenanschlüssen aus, die werden in die WISPA-Datenbank gemeldet. Das ist die Idee. Außerdem habe ich die Möglichkeit, mit einem kleinen GPS-Empfänger als Bausatz beim Chinamann für 2,47 Euro im Kampfpreis inklusive Versand zu bekommen, kann ich also den praktisch auch noch als Frequenzreferenz verwenden. Ich kriege eine Frequenzsicherheit von 10 hoch minus acht bis 10 hoch minus zehn dabei hin. Das ist schon ungefähr der genauste Oszillator, den man so üblicherweise im Scheck hat. Was kann man mit dem Red Pitaya machen? Funken haben wir jetzt abgehandelt, programmieren. Ich habe das in Anführungsstrichen gesagt, weil manche Leute sagen, naja, Skripten ist nicht programmieren. Sag ich, stimmt. Insofern, aber was schön ist, man kann das Ding mit Python programmieren und mein absoluter Favorite ist Jupiter Notebook. Wer kennt Jupiter Notebook? Drei, vier Leute. Muss ich kurz erklären. Wahrscheinlich diejenigen, die sich mit Ingenieurmathematik bekennen oder benutzt haben, kennen Matlab. Wer kennt Matlab? Okay. Wissen von gestern. Ja, Hintergrund ist die Tatsache, ich bin ja in der Elektrotechnik und meine Kollegen und ich haben entschieden, wir haben einen Kurs wissenschaftliches Programmieren, in der Vergangenheit war das mit Matlab, ein älterer Kollege hat das mit Matlab gemacht, haben gesagt, bürgerliche Unfug, machen wir nicht mehr, wir nehmen jetzt nur noch Python und da gibt es ein Numerical Python und das macht praktisch alles das, was man in Matlab kennt, genauso, aber ohne die teuren Toolboxen, die man bei Matlab kaufen muss und mit dem absoluten Knaller, dass das auf jedem beliebigen kleinen Gerät, auf dem Python läuft, funktioniert und nicht das, was Masswork nur will. Massworks, die Hersteller von Matlab, sagt einem ja, auf welchen Geräten man das benutzen darf. Und da gehen eben manche Geräte noch nicht. Aber Python geht auf allen. Das ist der wesentliche gibt es Ubuntu, Debian oder Alpine Linux. Wer kennt Alpine Linux? Drei Prozent. Alpine Linux ist ein super schmales, sehr leichtes Linux, eine Linux Distribution, die ganz einfach aufgebaut ist und der Pawel Demmin, der hat sich entschieden, seine Amateurfunksoftware mit einem Alpine Linux zusammen nur noch zu verteilen. Tolle Idee, super geeignet und dann ist man allerdings, wenn man davon abweichen will, gezwungen, an der Stelle einige Dinge gegebenenfalls zu ändern. Ich komme zum Thema Messen mit dem Repetail. Ich will darauf aufmerksam machen, auf einen Gerätetrend in der Messlinge. Wir hatten heute Morgen einen Vortrag zum Thema Oszilloskop, der hat das meinem Gefühl auch ganz gut herausgearbeitet. Geräte für einfache Ansprüche, insbesondere im Niedrigspreis Bereich oder im Internet of Sing Bereich haben immer weniger Bedienelemente. In früheren Zeiten waren da Berge von Knöpfen und alles mögliche dran. Heute weg. Bildschirm war gestern. Hat man heute nicht mehr. Warum? Meine Studiker kommen ständig mit den neuesten Laptops, Smartphones und was nicht aktualisierbaren Bildschirm dazubesorgen als Messgerät. Das ist doch vor 2000. Okay, gut, kann man machen. Also, der Gag ist, diese Dinger haben immer weniger Bedienelemente, vollständige Netzwerkfähigkeit, kann drahtgebunden oder drahtlos sein, wenn man es richtig konfiguriert hat. Programmieren in Python oder eine Visa-Schnittstelle, wer kennt die Visa-Schnittstelle? Die Messtechnik-Freak, die kennen das. Also, Visa ist eine Erfindung von National Instruments, einem Hersteller, der Messgerätssysteme herstellt und der das vor langer Zeit mal erfunden und dann später in der Vereinigung mit allen normiert worden ist. Die Visa-Schnittstelle gibt es in Python, ohne die National Instrument Bibliotheken lassen sich damit auch verwenden. Dann, im Wesentlich haben Messgeräte heute fast nur noch eine Web-Browser-Schnittstelle. Das heißt, ich gehe auf das Ding mit dem Web-Browser drauf und meine Bedienung mache ich im beliebigen Web-Browser. Damit ist es Smartphone-tauglich, Tablet-tauglich, Laptop-tauglich, was immer ich brauche. Das ist der Gag dabei. Gut, Messgeräte für das Half-Check bei uns sind in der Regel relativ niedrige Ansprüche bezogen auf die professionelle Messtechnik, sind flexibler Einsatz. Ich habe nicht viel Platz in meinem Check. Hallo, das muss ich doch mit meinen kurzen teilen. Also habe ich die Schwierigkeit, dass ich dort an der Stelle sehr flexiblen Einsatz brauche. Ich kann mir da nicht 27 Kisten hinstellen, die meine Funktionen erfüllen. Nein, ganz wenig. Integration in ein Messgerät, ganz selten notwendig im Funkamateurbereich, aber wer kennt SCPI-Schnittstelle? Okay, sind mal so 5%. Ich will das jetzt nicht erzählen, was das ist. Es ist ganz schlichtweg eine standardisierte Schnittstelle, mit der man Messgeräte ansprechen, abfragen und die Messergebnisse in ein übergeordnetes Programm übernehmen kann. Das ist der wesentliche Gedanke. Man braucht dazu ein entsprechendes Serverprogramm, das gibt es natürlich für einen RedPita, und dann kann man das Ding als SCPI-fähiges Messgerät benutzen. Oszilloskop, Generator, Spektrumanalysator, was immer man möchte. Alles drin enthalten. Oszilloskop, Specki, kennt jeder, manch einer sagt, hätte ich auch gerne, das ist ganz schick und mein Lieblingswerkzeug in der Funkwerkstatt ist das komplexe Wechselstrom-O-Meter, manche Dinge nennen das etwas großsprecherisch, einen Vektor-Netzwerk-Analysator und den gibt es mit ein und mehreren Toren, ich nenne das Ding hier oder den Repiteier, so wie es Pavel Demmin derzeit hergestellt hat, ist es ein Ein-Tor Vektor-Netzwerk-Analysator. Da das in Python programmiert ist, kann man das Ding natürlich auch zum Zweitor machen. Das ist gar nicht besonders kompliziert. Ich habe auch noch keinen Studenten gefunden, der das machen wollte. Okay, was kann man damit messen? Kabel kann man damit messen, alle Bauteile, die man typischerweise als Widerstand mit Kondensator, parasitären Elementen, Spulen, Güte, was wir so alles kennen, als komplexe Bauteile, kann man damit messen und dann eben Antennen als absolute Spitzendisziplin. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ich verquatsche mich, mal kurzes Beispiel mit dem Eintor-Netzwerk-Analysator, also komplexes Wechselstrom-Ommeter. Das Missdiagramm kennt ihr vielleicht, sieht so aus, oben induktiv, unten kapazitiv, eine Darstellung des Reflexionsfaktors, wenn man viele Frequenzen hat, dann entstehen Kreise um das Zentrum, irgendwie sowas drumherum. Das ist so typisch, Urheber ist der Smith, Alternative ist das Buschbeck-Diagramm. Gibt ja viele Ältere, wer kennt das Buschbeck-Diagramm? Donnerwetter, 10%, ich freue mich. Der Buschbeck war übrigens auch der Erfinder des Power-Durchfluss- SWR-Meters. Also ein kluger Mann in den 30er-Jahren hat der gewirkt. Smith-Diagramm einer defekten GP-A30, das ist so ein Multiband Groundplane für 2015-10 mit 11,1 Meter RG58 Coax-Kabel, sieht dann so aus. Wenn man jetzt feststellt, die Punkte geringer Impedanz da, da und da, sind eben bei diesen Frequenzen eindeutig nicht die gewünschten Frequenzen des 20, 15 und 10 Meter Bandes, das wäre ja der Teil. Deswegen, wenn man das Ding repariert, sieht es dann so aus und das ist jetzt tatsächlich der Soll-Bereich und jetzt kann man dahergehen durch eine dreizeilige Ergänzung des Programms von Pavel Bedämmen, rechnet man das 11 Meter und 10 lange RG58 Kabel mit Dämpfung und Phasenlage weg und das sieht dann so aus. Das ist das Grüne. Dann sieht man die Resonanzpunkte dort wieder entsprechend drin, wie gesagt, sind drei Zeilen Zusatzcode fertig. Nächster Punkt. Ich habe mir herausgesucht eine Messsystem Aufgabe mit der EMV Umgebung. Ihr kennt alle, dass in den Radio DRC und in der Club Zeitung beschriebene Problem. Wir wollen wissen, wie viel stört es eigentlich hier in Europa. Derzeit in den Amateurfunkbändern. Wer die Whisperergebnisse der Polarbake sich anguckt, weiß, was man hören kann, wenn man mal auf einem Kontinent empfängt, auf dem es keine Powerline-Anwendung gibt. Ihr glaubt gar nicht, was das Ding da alles hört. Das ist faszinierend zu sehen. Okay, gehen wir mal dazu, was brauchen wir? Wir haben eben störende HF-Umgebung, VDSL mit OFDM, Powerline, nicht bestimmungsgemäße Spannungskonverter, die eben im preiswerten Angebot vom Chinamann geliefert, ohne Einhaltung von entsprechenden Normen. Leider ein bisschen neben der Spannungskonversion noch andere Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Dann Leuchtmittel, da gibt es einen Beitrag, glaube ich mal, von dem Herrn Jirrmann, der hat dazu auch mir hier schon mal was erzählt, dass eben solche Leuchtmittel manchmal außer Kontrolle geraten. Schwierigkeit bei allen diesen Dingern ist der intermittierende Betrieb. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wann sind die Störungen da und wann sind sie nicht da. Und da habe ich gedacht, ja, kannst du das eigentlich nachweisen bei dir zu Hause? Nö. Also machst du aus dem Red Pitaya ein einfaches Messsystem, was das kann. Und das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Der Lösungsansatz ist ein sogenannter HF-Schreiber oder Monitor, der das Geräusch bewertet und notiert. Erste Frage, was soll sie es können? Naja, es soll eben, das war die Idee von Thilo Kurz, aus dem in seiner Zeit beim EMV-Referat vom DRC hat er diese Idee mal in der Diskussion mit mir aufgebracht, sagt er, Mensch, man braucht doch so ein autarkes Gerät, kann man irgendwo hinstellen, nicht? Ich denke noch mal an mein Powerpack, irgendwo hinstellen, laufen lassen und nach dem Tag vorbeikommen und abholen. Das war die Idee. Einige Tage aufzeichnen, Auswertung gegebenenfalls Sperr, Fragen dazu sind dann sofort, wie können wir die determinierten Signale, also Modulationssignale im Bande, wie können wir die erkennen und möglicherweise herausrechnen? Können Radioastronomie- Bereiche als Referenz gelten? Spannende Frage. Die Ergebnisse des Hive-EMV-Monitors sind, ist die Störung zeitlich befristet, welche Frequenzbereiche sind betroffen, wie entwickelt sich der Störpegel über Zeit, Monate, Jahre, wenn ich das Ding eben einfach dauerhaft mache. Und derzeit ist das ja genau die Diskussion im Vorstand des Radioclubs, soweit ich das verstanden habe, es gibt ja schon die Veröffentlichung dazu, wie so ein Sensor, also eine Antenne aufgebaut wird. Die spannende Frage ist, wie geht es dahinter weiter? Das ist meines Wissens noch nicht geklärt. Mein Beitrag zur Diskussion ist das hier. Also, möglicherweise kann es sein, dass ich einen Empfänger als SDR-System nehme, als autarkes System, preiswert, leichter Nachbau, Integration in Speichersystem, einfacher Programmierung in Python, leicht von anderen zu ändern und anzupassen. Die Auswertung ist aber noch zu definieren, die Speicherung ist auch noch sowohl physikalisch als auch logisch zu definieren. Die Eigenschaften des Monitors müssen geklärt werden, welche Bandbreite brauche ich, welche Zeit zur Integration der Störenergie möchte ich haben und was ist eigentlich mit einfachen Systemen möglich. Mit dem Repetire kann ich einen Zeitausschnitt aufzeichnen, den kann ich mithilfe einer Fensterung in die FFT überführen, gegebenenfalls Integration über einen längeren Zeitraum durchführen. Bei einer Abtastrate von 125 Megasamples gelingt es mir von 0 bis 62,5 Megahertz das gesamte analoge Band zu erreichen. Zeitliche Fensterlänge sind beim Repetire in der Standardkonfiguration 16.384 Zeitsamples das entspricht 139 Mikrosekunden und führt zu einer FFT-Auflösung von 7,6 Kilohertz und würde jeder sofort sagen viel zu wenig für Amateurfunk. Wir funken doch nur mit 2 Kilohertz Bandbreite. Sag ich Vorsicht mal gucken. Okay habe ich mir aber zur Frage gestellt wie geht denn das die FFT Binnenbreite ist eben zu klein aber man kann natürlich auch was anderes machen. Wenn man nämlich ein anderes FPGA nimmt und ein etwas anderes Serverprogramm dazu lädt wie gesagt in Millisekunden zu ändern dann habe ich eine Möglichkeit per DMA direkt in den Linux Speicher zu schreiben. Die Geschwindigkeit des Dateisystems in Linux ist an der Stelle die Begrenzung. Das Ding kann auch über Netzwerk rüber schicken aber die Tatsache dass ich eben ein Sample mit zwei Byte habe und Schreibraten bis zu 30 Megahertz fehlerlos im Dateisystem unterkriege im Burst auch 125 dann kann ich aber eine höhere Auflösungsgrenze erreichen. Die Aufzeichnung in dem folgenden Bild zeigt hier sind mal 250 Hertz aufgelöst ein Signal bei 1 Megahertz genau dargestellt und das ist der Bereich bis 62 Megahertz leider ist Generator an der Stelle ein bisschen außer Kontrolle geraten und macht diese Oberschwingung das ist aber eine Generatorsache keine Sache des Messsystems gibt Bilder wo das nicht auftaucht Messaufbau in Bremen Antenne auf dem Hausdach Dauermessung über x Stunden Einordnung der Störungen dann eben so aufgebaut die GP30 10 Meter Coax Kabel ein Vorverstärker Red Pitaya Jupiter Notebook mit einem Cron Cron ist ein hinterlegtes Programm was automatisch in einer definierten Zeit immer wieder Programme aufrufen kann und Ablage auf dem Dateisystem führt zu folgender Idee Messung mit Vorverstärker mit Vorverstärkung 22 dB 8000 193 Frequenzpunkte mit Auflösung von 7,6 Kilohertz und durch den Vorverstärker wird der Dynamikumfang etwas verschoben gucken wir uns mal so ein Bild von 14 Megahertz an hier sieht man wiederholte Messungen eine Messung sind an der Stelle 130 Mikrosekunden ich habe hier vier Messungen dargestellt die im Abstand von 4,7 Millisekunden aufgenommen worden sind und man sieht sehr schön das ist aber ganz schön unterschiedlich kann das sein komisch gut Amplitudenunterschiede bis zu 30 Dezibel bei 14,2 Megahertz da würde man sagen so wohl nicht nächster Gedanke welche Minimum die Idee war ja das Minimum das Geräusch zu machen bei der Geräuschmessung machen wir eine zeitliche Integration wir machen etwas wie die Messung des Rauschens Geräusch rauschen vollkommen klar da muss ich also mehr als 130 Mikrosekunden Zeit aufnehmen was kann ich tun nun ich kann mir überlegen eine Mittelwertbildung für wiederholte Zeitabschnitte zu nehmen eine Tiefpassfilterung vermindert natürlich das Rauschen die Rauschbandbreite wird beeinflusst und ich kann etablierte Verfahren verwenden darüber möchte ich jetzt nicht detaillierter sprechen acht wiederholte Messungen innerhalb von 38 Millisekunden alle gemeinsam eingestellt man sieht die unterschiedlichen Farben hier dargestellt alle acht man sieht okay das ist ein ziemlich gewackelt ziemlich breit bis 62 Megahertz wenn ich jetzt das Minimum nehme von allen acht Messungen komme ich auf das Bild das Maximum ist so knapp 10 Dezibel größer Maximum Minus Minimum ist hier zu sehen okay ich gehe mal schnell weiter die nächsten Bilder habe ich jetzt 64 Messungen und 256 Messungen gemacht also sieht so aus seht da taucht plötzlich das Minimum ist hier hinweg keine Lösung Lösung ist diese 64 Messungen in 295 Millisekunden aufgezeichnet hier alle 64 Maximum Minus Minimum ist etwas besser dargestellt die beiden Bilder sind nicht aussagefähig ich entscheide mich für eine andere Möglichkeit nämlich diese hier nochmal 64 Messungen jetzt gemittelt diese 64 Mittel ergeben ein etwas klareres Bild hier kann man jetzt schon was erkennen man sieht hier bei 20 Megahertz ist ein Maximum da gibt es Maxima das zu einer bestimmten Zeit des Tages gemacht das schreit natürlich danach immer 64 Messungen zu machen diese zu mitteln den Mittelwert zu speichern und dann viele hunderte von diesen Speicherungen in ein gemeinsames Wasserfall Bild zu übertragen sieht dann gleich so aus hier will ich noch einmal gerade was zeigen hier gibt es eine schöne Absenkung bei 18 Megahertz in weniger als drei Minuten Abstand sieht man hier noch deutliche Unterschiede binnen drei Minuten sind die Spektren bei mir anders und zwar um Dezibel anders das gibt es noch am Tag wesentlich weitere okay hier mal ein Beispiel das Radioband im 17 Megahertz Bereich deutlich weniger und hier das schon beschriebene Wasserschein Wasserfall Bild hier über 42 Stunden dargestellt man sieht hier solche etwas helleren Schattenbereiche hier etwas heller und damit sieht man die intermittierende Aktivität und hier herausgenommen die 42 Stunden jetzt mal das 20 Meter Band sehr schön zu sehen die FT8 PSK Ecke da sehr schön zu sehen natürlich nur während der Zeit wo das Band aktiv ist am Tag die 0 Uhr sind hier um 18 Uhr am einem Tag gewesen und da geht es halt von 18 Uhr 40 Stunden weiter ok es gibt eine Vielzahl offener Fragen zu diesem EMV Monitor Verfahren die noch nicht geklärt sind welche Bandbreiten brauche ich was brauche ich für Messwert Gewinnung genau was will ich für die Kalibrierung tun welche Wiederholraten will ich haben und 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 will ich nicht vertiefen ich fasse zusammen man kann deutlich erkennbar Bandaktivität auch bei kurzen Zeitausschnitten feststellen und vor allen Dingen die EMV Beiträge meiner Nachbarn sind deutlich zu erkennen es ist sinnvoll eine Filterung und Mittelwertbildung zu machen zeitliche Abläufe und Störträger sind deutlich zu erkennen ich hatte das an diesem Beispiel von 20 Meter auf der vorherigen Folie gezeigt ich fasse zusammen der Ratbitaya haben wir gelernt ist keine rote Drachenfrucht wir haben auch gelernt dass man Client und Server prinzipiell dazu benutzen kann um die die Hardware sinnvoll zu steuern funken mit dem Ratbitaya mit der Pavel Demmen Software messen mit dem Ratbitaya mit der Standardausstattung durch entsprechende Erweiterungen leicht mit Jupyter Notebook zu bändigen und Jupyter Notebook lässt sich für einen EMV Monitor gut benutzen Fragen dazu ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit Applaus 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 Michael Vielen Dank Ich hoffe du kannst auch die Rausch Fröhling Mess Ich bemühe mich Danke sehr Ja gibt es Fragen oder Anmerkungen aus eurer Sicht dazu Ja bitte Der Ratbitaya Open Source Software ist die Frage Nein Der Ratbitaya selber ist eine Open Source Plattform die die kommerziell mit den Schaltbildern angeboten wird nicht aber zum Nachbau empfehlenswert ist man kommt bei diesen SMD Bausteinen da nicht gegen an die Software selber ist im Wesentlichen Open Source man kann bei den Repitayas auf GitHub nachgucken dort findet man alle Elemente die die Repitaya Firma gemacht hat und kann sie selber verändern wenn man möchte und es gibt eine Vielzahl das alles was Pavel Demmin gemacht hat ist auf GitHub wer weiß was GitHub ist ok 90% also es ist für alle anderen ein Source Archiv in dem man Programme Skripte Folien alles hochladen kann und was von allen dann leicht gelesen werden kann Frage beantwortet andere Fragen ja da hinten bitte Stichwort EMV Monitor will ich dringend empfehlen auf die einschlägigen internationalen Normen dort wird mit einem CISPA Detektor oder CISPA 16 zum Beispiel eine Einsekunden Messung gemacht das ist eine Diterationszeit pro Frequenz und es gibt die Aussage man hat zum Beispiel CISPA 11 also ISM Geräte einen Zeitraum von 15 Minuten eventuell zu monitoren ob sich das Gerät in irgendeiner Weise spektral zeitlich verändert wenn man das berücksichtigt glaube ich hat das ganze Programm einen viel höheren internationalen Akzeptanzwert in der Normung spielen sich schlimme es herrschen nur noch Lobbyisten Mord und Wohlstand und die fachtechnik ist was danke 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 für den Beitrag die tat ja das ist sehr gut ich habe das hier schlicht gezeigt weil das ist mir zwei Tage vor diesem Vortrag eingefallen diese 20 Folien zu machen und deswegen habe ich eben nur mal gerade 40 Stunden Messzeit gehabt sonst hätte ich da auch mehr genommen also wir sehen da sind wir noch nicht mit der Diskussion am Ende da war noch eine weitere Frage bitte ich es ging glaube ich um 12 oder 14 Bit achso es gibt vom Redbit ja mittlerweile eine 10 Bit Variante und eine 14 Bit Variante mein Freund Clemens Hese DL2ZZ der hat die 10 Bit Variante ausprobiert zum Wispern reicht sie für das normale Funkgerät würde ich diejenigen die heute morgen den Vortrag von Reinhold gehört haben haben gelernt man kann trotz schlechter Auflösung des Analog Digital Umsetzers einen erheblichen System Gewinn erzielen und das hier ist eine Möglichkeit der Antwort zu geben ich empfehle angesichts des geringen Preisunterschieds von 30% immer die 14 Bit Variante für die Funk Anwendung zu nehmen für die Mess Anwendung reicht die 10 Bit Variante bei uns in den Grundlagen Elektronik wird mittlerweile das gesamte Messlabor mit Hilfe von Red Vitaia Experimenten gemacht es gibt nämlich für Kollegen hier im Kreise gibt es super tolle Webseiten von Kollegen in Europa die dieses Red Vitaia System dazu benutzt haben die gesamten Fragen der Elektronik mit 40 Experimenten auf einer Webseite so zu dokumentieren dass es Studentenversuche für fünf Semester Elektrotechnik sein könnten ja also richtig gut und deswegen ist das für die Leute eine tolle Möglichkeit habe ich hier was übersehen an Fragen also Frage beantwortet okay ja bitte das konnte ich leider jetzt nicht zeigen es gibt eine Standard Flashcard von Red Vitaia OS von der Firma und dort gibt es ein Marketplace und in dem kann man Zusatzprogramme zum Beispiel diese HP SDR oder HD SDR Software für GNU Radio kann ich anklicken Install drücken dann wird die installiert und dann kann ich auch einen Button ran drücken und dann ist das Ding da ja beim Raspberry hat man nicht diese Web-Oberfläche an der Stelle ist aber beim Red Vitaia ist eine reine Web-Oberfläche mit dabei damit sehr einfach verwendbar man kann damit auch Oszilloskop oder Spektrum Analysator oder andere Geräte in der Weise aufrufen klärt das deine Frage ok danke ich sehe ich muss abbauen damit der nächste zeitgerecht beginnen kann danke man sieht sich die die